Die Abenteuer des Buratino In dieser fantastischen Geschichte geht es rund. Schieb sofort den Schlüssel her! Nein, fällt mir nicht ein, ich denke gar nicht dran! Halt den Schlüssel raus, Bursche! Der fühlt sich bei mir sehr wohl! Der üble Karabas, Barabas und seine Spießgesellen haben es auf Buratino und den magischen Schlüssel abgesehen. Doch der kleine Held setzt sich tapfer zur Wehr. Mit Hilfe seiner Freunde kann Buratino seinen bösen Verfolgern immer wieder einen Streich spielen. Nach den Gänzen noch diese herrliche Schweinskeule. Und dann mache ich mich auf die Suche nach diesem hinterlistigen Buratino. Da kannst du lange suchen. Diesmal kommt der Bursche nicht mit dem Leben davon. Enthülle das Geheimnis! Er entlockt ihnen so manches Geheimnis, um am Ende sein großes Ziel zu erreichen. nach dem Leben von regnen und schießen. Vielen Dank.